So, heute sprechen wir mit Herrn Leimgruber vom Café Lieb. Das Café Lieb war letztes Jahr nicht mit auf der Sommerinsel dabei. Wie ist es jetzt wieder zurück zu sein? Klasse, schön, macht richtig Spaß. Und was hat es dir dazu bewogen, dieses Jahr wieder mitzumachen? Weil wir einfach hier dazugehören. Wir sind aus Tübingen, wir sind ein klassischer Betrieb aus Tübingen und wir wollten einfach wieder mitmachen, um einfach uns auch hier super zu präsentieren und uns zu zeigen, dass wir auch hier auf dem Markt sind. Okay, und verläuft es bisher so, wie Sie sich vorgestellt haben? Ja, es funktioniert soweit hervorragend. Wir haben ein tolles Wetter, wir haben tolle Voraussetzungen hier, wir haben rundum alles ordentlich aufgebaut und toll hergerichtet, sodass es für unsere Kunden eine klasse Situation ist, uns zu besuchen. Gut, und was bedeutet die Sommerinsel für Sie und Ihren Betrieb? Für uns ist es ein ganz wichtiger Part, das war es in der Vergangenheit schon. Wir konnten letztes Jahr einfach nicht mitmachen, weil wir uns dadurch präsentieren können, uns positionieren können und uns auch darstellen können. Und das ist für mich und unseren Betrieb ganz wichtig. Sind Sie im nächsten Jahr dann auch wieder dabei? Ja, wir werden auf jeden Fall dabei sein. Und was wünschen Sie sich dann für die Sommerinsel 2010? Ja, vor allem gutes Wetter. Super mit den Leuten, die uns besuchen. Ja, und alles andere müssen wir sowieso tagtäglich dann tun. Gut, dann noch eine abschließende Frage. Haben Sie eine Empfehlung, was ich an Ihrem Stand unbedingt probieren sollte? Ja, die asiatische Nudelpferde. Ich hole Ihnen mal was. Vielen Dank. Vielen Dank. So, bitte schön. Dann können Sie mal richtig probieren. Wunderbar, vielen Dank. Halt mal drauf, sieht total lecker aus. Na dann, finde ich mir mal einen guten Appetit. Mh, schmeckt hervorragend. Wunderbar, freut mich. Herzlichen Dank. Bitte. Ich werde weiter essen. Gerne. Und schmeckt köstlich. Wir dürfen leidig sein.